Musik Ready? Überprüft doch mal die Schwimmhalle. Lass sie sich doch nirgends verstecken. Musik Na ja, was soll's? Komm mit, Lenk! Ich sehe, wir haben es hier sowieso nicht geschafft. Ja, na wend schon. Sie kommt ja nirgendwo mehr raus. Und je länger das Versteckspiel dauert, desto mehr Überschüsse können wir aufschreiben. Ja, wenn ich ehrlich sein soll... Ist das immer so? Na ja, ist das so, oder? Dann gehen wir. Hier ist sie jedenfalls nicht. Ja. Wir haben gerade Korridor 54. Ja, hier ist Dufa beim Pappen. Was? Was meinen Sie mit, was meinen Sie? Hören Sie, das ist diese Woche nicht das erste Mal, dass so was passiert. Ich hab' ihr gesagt...